Kennst du nicht? Also ist er wahrscheinlich gut. Kennst du nur Müll. Noch nie gesehen, dass der Film mir ein gutes Spiel empfiehlt. Ich glaube im Osten haben sie keine guten Spiele. Da haben sie nur Iggy, Pokémon Stadium, dieses Wüstenshooter Ding und keine Ahnung Mauerschütze oder so. Gibt es da irgendwas? Mauerschützensimulator. Die Mauerschützenwirtschaftssimulation. So, gesteht es dafür, dass seine Soldaten genug Munition haben, um Flüchtlinge niederzuschießen. Ja, Sweet Transit ist es. Da hat mich das Tutorial total irregeführt. Hat mir beigebracht, dass ich 2 Milliarden nicht ersetzen soll, aber nachdem ich 2 Milliarden nicht ersetzt habe, ging nix. Bis ich auch mal weiterspielen, ach. Und mehr programmieren, naja. Nächste Woche dann mehr machen. Mir geht es ja jetzt wieder besser. Hoffentlich klappt das so. Alles voll genug. Ich meine, ich habe mit dem Tutorial auch wunderbar geschafft, wenn ich Lichter gebaut habe. Aber im regulären Spiel ging das dann nicht mehr. Voll die Verarsche. Habe ich noch gar nicht verstanden. Habe ich noch gar nicht verstanden. Das Tutorial hat mir völlig falsche Dinge beigebracht. Das Tutorial hat mir beigebracht, überall Lichter hinzusetzen. Überall. Ach komm schon. Das ist stark schwer. Gibt es nicht Halo 3 inzwischen für den PC oder so? Remastered Chief Collection? Oder nicht irgendwas? Mal aufhören nicht zu heilen. Das ist ja gar nicht zu. Und jetzt geht es eigentlich. Also der zweite Team. Ich sollte nur noch gute City-Interactive-Spiele spielen. Soll ich mir einfach mal gucken, ob es da in Subway 1 inzwischen läuft? Ich weiß nicht, dass das läuft. Bin ich sicher, ob ich das will. Im zweiten Teil habe ich durchgespielt, oder? Ich weiß es nicht mehr, ich habe es verdrängt. So könntest du Vieh jetzt mal sterben. Töte es. Hmph. Pfff. Hmph. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich kann ja mal aufhören sich zu heilen. Ich kann ja nicht nur aufhören, dass ich nicht nur aufhören kann. Das war's für heute. Wie oft kann dieses Scheiß viel Genesung einsetzen? Jungen, mir geht's bald meine Attacken aus. Wie oft kann dieses Scheiß viel Genesung einsetzen? Wie oft kann dieses Scheiß viel Genesung einsetzen? Danke, oh Junge. Jungen. 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 Das ist hier alles ätzend. Jungen. Jungen. Das ist wohl auch der erste Kampf. Glow in. Endlich. Dann kann man einen Kampf hängen, sagen wir mal. Ja. Hey, der zweite von vielen. Der Fehler hat schon ewig gedauert. Wunderbar zu spüren, damit ich die Tone aufklage bin. Aufklage zum Spannung. Wunderbar zu spüren. 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 Wir können dem ein wenig geladen. Wunderbar zu spüren. Wunderbar zu spüren. Okay. Eieiei, komm, dann gib mir das Kampfpokémon, dass ich Wex strahlen kann. Du, dann halt nicht. Oh, ich bin schon wieder. Oh. Okay. Huch, 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 huch. Natürlich packt er jetzt das, was er Pokémon aus, als er natürlich auch dabei hat. Wie wächst es schneller? Dann wächst es etwas. Ja, wieso ist denn Feuer mehr... Da war es nicht nur ein Wetter. Oh, das ist ja das, was er. Ich bin ein Wetter. Oh, das war's, was er. Ich bin ein Wetter. Ich bin ein Wetter. Ich bin ein Wetter. Ich bin ein Wetter. Das war's für heute. Wieso macht das hier noch so viel Schaden? Lass mich verarschen. Töte bitte. Töte bitte. Jetzt wird es auch noch schnell Was? Moment, warum ist denn das jetzt zuerst? Also, wo ich es jetzt ausgewählt habe, ja, das geht schon Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, der ist flug oder so, wenn ich zuerst dran bin, mache ich ein bisschen Schaden, nicht viel, aber ich bin natürlich nicht zuerst dran Sollte ich auch Der macht natürlich einen Volltreffer, aber Äh, ist das ätzend Hat das mal irgendwann Probespielen sich gedacht, joa Lass mal veröffentlichen so Warum sicherlich nicht, weil Natürlich macht das Vier jetzt nur Volltreffer, was soll es denn ansonsten machen? Natürlich treffe ich ihn Danke Danke Das war's für heute. Okay, okay, okay. Vielen Dank.